Also gebt dir Mühe, dass ich mich so lange gewinne. Okay, Leute, es startet schon, ne? Hallo, Leute. Moin sehen. Abbrechen zu einer Runde Fortnite. Die zweite, Leute. Wieder zusammen mit Ralle. Hi. Und Jani. Moin, moin. Juten Tag. Getanzt haben wir schon. Also unser Fitness-Training ist abgeschlossen. Ich mach zum ersten Mal in 1920x1080p. Wenn das wird mit HD, Leute, dann werde ich es natürlich beibehalten. Wenn es natürlich nicht funktioniert, dann eben natürlich dementsprechend nicht. Ich werde es auch probieren in 1080p. Wir labern wieder zu lange. Wir labern wieder zu lange. Wo wollen wir erstmal als erstes hin? Wo wollen wir abspringen? Erstmal gar nicht. Erstmal Janisch, ne? Irgendwer danzt hier. Danzen wir auch. Komm, bleib mal entgegen und dann können wir hier schon mal sprayen. Wir sprayen sie an. Ja, Mann. Das ist aber eigentlich daneben gegangen. Scheiße. Alter. Okay, wohin gehen wir? Let's go. Wohin gehen wir? Wir machen einfach ohne Wegpunkt. Ja, lass mal mal ohne Wegpunkt. Einfach mal rein. Okay, sag mir, wann ich abspringen muss. Ich hab meinen Augen zu. Okay. Jetzt. Jetzt, ja, genau. Und Feuer. Let's go. Da vorne? Ja, ja. Wir wollen mal relativ schnell landen. Larpies Swamp. Ah, das sind UFOs. Scheiße, aber das sind Leute. Spieler. Okay, dann abhauen. Alter. Sorry. Nee, Slarpy. Swamp. Abbruch. Alles klar. Wir landen einfach hier. Und sofort das Dach abbauen, oder wie? Dach abbauen. Neuer. Hopp, hopp. Let's go. Hopp, hopp. Und Truhe. Tschüss. Easy. So, easy. Und der ist mal gleich ein Impulsgewehr kassiert. Ist die noch eine Truhe? Ich höre Schüsse. Ich würde sneaken, Hege. Hege Sneak. Was ist das? Können wir es aufwerten? Nein, wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug. Gold. Mal auswärts bauen. Achtung, Achtung, Achtung. Gold. Da ist Truhe, Truhe, Truhe. Achtung. Elegant. Und weg geht. Koffer. Ohne, ohne Wappen. Und er wird durchgewandt. Ja. Hier wird nicht gewagt. Hier wird auch nicht gewagt. Da spielt immer eine Tonleiter. Wie Tonleiter? Ich kriege auch mal eine Tonleiter. Merkst du es nicht? Bom, 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 bom. Macht's. Wir haben einfach mal 100 Benzinkanister. Was ist das? Benzinkanister. Ah, das ist Benzin. Das ist Benzin. Warum machst du es denn voll? Äh, alle. Interessiert mich ein Dreck. Ich brauche das Ding nicht. Okay, da vorne ist ein Dings abgestürzt. Können wir ein Impulsgewehr gut gebrochen? Scheiße. Scheiße, er hat uns entdeckt. Er hat uns entdeckt. Die Kampfabord. Headshot. Nee, der ist ja richtig schlecht. Nee, 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 nee. Oder nee, jetzt ja nicht. Also es ist fast so halb... Halb-HP. Ho. Halb-HP. Halb-HP. Ha. So, wir sind's weg. Gut, lass uns doch. Weg. Weg hier. Oh, aber das sieht aber richtig geil aus. Hege. Was machst du da? Scheiße, ich bring raus, Idiot. Ich Idiot bin insane tot. Okay. Was machen wir denn so? Darf ich die verspielen? Geh. Ranaladai. Ich hoffe, ich werde ein bisschen länger überleben als unser Hege. Aber ich will ihn natürlich nicht beleidigen, Leute. Wer will ein Meerschwein sehen? Niemand. Äh, alle. Alle. Das ist wirklich... Leute. Das ist wirklich sehr süße. Kleine Tierchen. Like for Hannah. Alle mal abonnieren und liken für dieses kleine, süße Meerschwein Name ist Hannah. Man hat es nicht richtig gesehen, glaube ich. Ja, weiß ich mehr, weil ich da... Okay. Okay. Alle mal liken. Er hat einfach eine Kralle, der Battle Wars. Der Battle Wars hat immer eine Kralle. Ja. Ja. Falsch, Parker. Ja. So geht's irgendwann los. Ja. In fünf Sekunden. Hallo. Hallo. Es leckt ein bisschen. Okay. Nicht schlimm. Wieder random Absprung. Drei. Zwei. Eins. Stopp. Oder sag du random. Nein. Ich spring ab. Und jetzt. Let's go. Wohin? Da hinten. Geh da vorne ins Auge. Das soll ein Auge sein? Welches Auge? In die Mitte. Da hinten? In die Mitte. Jetzt muss aber auch schon die Leiter auf. Jepa. Dann sind sie in die Mitte. Let's go. Und? Das ist doch keine Tonleiter. Nein. Wenn du was abbaust. Und du schriffst auf die Kreise. Dann gibt es eine Tonleiter. Ach so. Was passiert in diesem Auge? Nichts. Sie kannst du aber, wenn du Glück hast, eine Raygun kriegen. Ist auch eine gute Truhe? Oder gibt es da überhaupt nichts? Aber ich sehe hier nichts. Du musst hier um den Rand rumholen. Du geh mal in das Haus rein. Da könnte was. Da ist glaube ich was drin. Weil Ralle installiert ja gerade auch Fortenheit. Deshalb gehe ich da mal gucken. Denn vielleicht gibt es dann natürlich ein gemeinsames Video im Duo. Ja. Vielleicht das nächste Video wird sogar ein Duo-Video. Genau. 56% Und hier ist eine Truhe instant. Alter. Ja, den musst du benutzen, den Scanner. Schieß davon. Der regeneriert sich übrigens. Crazy shit. Späß. Der regeneriert sich. Der regeneriert sich. Was macht der Späß? Schieß einmal mit dem Ding. Der regeneriert sich. Du kriegst dann auch wieder zwei. Oh mein Gott. Alter. Der scannt nach Gegner und schaltet die sofort aus. Ach so. Das ist cool. Wenn die in dem Umkreis sind, das ist übelst. Okay. Der macht nur einen kleinen Peng. Aber jetzt kriegst du halt gleich wieder zwei. Ja, hab ich schon. Ja, kriegst du wieder. Die Dinger. Der muss übrigens nicht lachen. Jetzt mach mal Alien. Alien. Hä, was macht das? Nichts. Ist einfach nur ein Tanz. Lol. 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 Läuft. So. Da vorne ist... Ah, hier liegt einfach eine AK. Alles klar. Was ist das? Und ganz viel Money. Da vorne ist die Munition. Nee, ist nicht. Das ist ein Fass. Ein Fass. Da ist noch was. Raketenangel. Eine Angel. Eine Angel? Kann man die in den Waffen benutzen? Ja, benutzt die mal. Benutzt die mal. Angel dir einen Fisch. Kann man sich... Nimm die. Und jetzt? Kann man den Fisch zum Heilen benutzen? Ja. Und jetzt? Kommen die gleich an. Schön ruhig sein. Ah, nichts. Egal. Egal, die werfe ich da. Kannst du auch Damage damit machen? Mit einer Angel? Was ist denn? Jetzt sag schon, geht das oder nicht? Nee, damit kannst du nicht damagen, aber du kannst damit einen Fisch fangen. Also du kannst einen Fisch damagen. Nee, den kannst du nur rausheben. Und dann fressen. Gönn dir... Nee, nichts. Nee, nee, lass nicht die Zeit verschwenden, Leute. Wir müssen es probieren. Wieso? Wir sind weit genug. Nee, Leute. Okay, geil. Wir müssen probieren, da vorne ranzukingen, weil da sind Fische. Nee, zu spät. Egal, lass es. Es ist nicht zu spät. Ist doch. Ist doch über die Zeitverschwendung. Ist es nicht. Was nützt denn einen Fisch? Die können einem Healen. Ach so, okay. Dann nützt es wirklich was. Let's go. Okay, das war gut. Yes. Ja, 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 hier eine Qualle. Dring eh. Selten. Und jetzt? Mamp sie. Selten. Mamp sie. Jetzt hast du Schild. Die bringt Schild. Geil. Du musst auch deine Waffe aufsammeln. Die würde sie laufen auf. Die Angel. So ist die Angel. Aber die sollst du wieder. Du musst mitnehmen. Damit andere nicht auch angeln können. Okay. Nimm mal nochmal den Scanner und check mal, ob da irgendwie Gegner sind. Einfach mal zweimal durchballern. In zwei verschiedene Richtungen. Immer nochmal nach vorne. Und Feuer nach da. Kannst du denn nicht selbst von den Dingern getroffen werden? Ja, könnte ich. Alles klar. Da hinten ist reingewesen. Das dritte Thema ist, macht ein Tonleiter. Also macht man ja eine Tonleiter. Bestimmt. Battleboss 24, Leute. Scheiße. Oh, ich hab, ich hab. Geishna. Dank Scanner. Da vorne ist er. Ich sehe. Scanner. Na, kannst du nicht. Scheiße. Das ist aber echt falsch. Fuck. Nein, scheiße. Er hat Raygun. Okay. Okay. Okay, Leute. GG. Vielleicht gibt es nachher nochmal einen Round. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.